Begegnet auf den Bellen bei den Hürden, die hüdeten, das Nackt zu unterstellen. Und siehe, das Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klage des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, abverkommt, nicht nur kündigt euch große Freunde, die alle Volk sind erfahrt und lieben, denn euch ist heute der Heiland betont. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stabschlag? Und das hat zum Zeichen der Welt, das Kind in der Hürden getippelt und in einer Kuppelung. Ehe, der Gott, in der Höhe und auf der Erde gebietet, und den Menschen ein Ruhm. Und sie kamen einen, und hatte beide, Maria und Rose, und das Kind in der Hürden getippelt. Freunde, habt ihr was verstanden? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich dachte, ich hätte es getreut, aber ihr habt es wohl auch gedacht. Die Stimme, die Worte, der Fall ist noch ganz genauer Ohr. Und trotzdem bedeutet es nicht, was ich mache. Hier klingt ein Wort in meinen Ohren. Frieden, Frieden auf der Erde. Frieden zwischen denen, die sich ständig streiten. Frieden für die Völker der Erde, für alle Menschen. Das wäre ja eine ganz neue Welt. Die alten Fragen, die es der Landwirte als Menschen gibt, gibt es auch Krieg, Hass und Unterdrückung. Soll das für alles nicht mehr stimmen? Was soll uns denn Frieden zeigen? Mein Vater, was er da ist, ist ein kranklicher Vater gestorben. Ich mache, was ich gelohnt bin. Ich trage immer ein Schwert bei mir und helfe gegen die bürgerischen Gesetze. Soll das für alles nicht mehr stimmen? Ich bedanke mich nicht mehr. Grüßt euch nicht, das ist ein kranklicher Stimme. Das geht mir nicht aus dem Sinn. Ich weiß, was Angst ist. Wenn man nicht weiß, wovon man leben soll, und Krankheit geliebt ist, eben wie kein Kraut gewachsen wird. Es ist viel Angst unter den Menschen heute. Fürchtet euch nicht. Wie soll das so sein? Denn euch ist heute Heilig in der Woche. Was soll das heißen? Heute in der Woche. Ein Kind, ein ganz kleines Kind. Heute in der Woche. Dieses Kind soll uns heil machen. Aus allem Gehleitern, unter Schuld und Wohne treiben. Es soll uns nicht mehr überwinden. Es soll uns befreien von Angst und Furcht. Kommt, Freunde, wir werden dieses Kind suchen. Wir müssen uns für sie. Was soll das heißen? Alles gut. Wir werden das. Alles gut. Aber ich kann es nicht mehr überwinden. Das waren was so sehr. Wir müssen uns für sie. Was soll das heißen? Vielen Dank.